ja herzlich willkommen zu einer weiteren folge fortnite skin gameplays hier den zucki alter sieht das geil aus guckt euch mal die handknochen an also diese die hände das kann man ja in dem normalen shop gar nicht so sehen richtig crazy und die augen alter sieht das cool aus ja mit der sichel auch noch das passt hammerhart ich bin jetzt mal gespannt auf das gameplay so leute epic games hat uns einen creator code gegeben und ihr könnt eintragen unten rechts im item shop sofort u gleich ttv dann auf an dem drücken ihr zahlt keinen einzigen bbac drauf ja mit rocket launcher spielte auch kommen und jetzt tanzt du auch noch die no skin tanz willst du mich veräppeln ist mir schon sehr sympathisch dieser zucki spieler ist mir schon sehr sympathisch ja das ist jetzt nicht wahr oder okay jetzt wissen wir auch wo die kills her kam komm ist dein ernst auch kommen rocket launcher spieler auch ja und wieder in den no skin tanz alter du und ich habe auch noch geheilt ich habe noch mit geheilt ich das gewusst hätte dass das ein rocket launcher spieler ist oh nein ja leute leute sorry also wenn wenn ich das jetzt sage aber es gibt eine sache die ich überhaupt nicht mag das sind spieler spieler die hierbei beim team rumble nur mit dem rocket launcher spammen und keinen anderen kill auf irgendeine andere art und weise hinbekommen jetzt macht er auch noch tak 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 alter vater oh der war gut okay den hat er mal gut getroffen okay ich habe schon gedacht er spielt jetzt nur mit dem rocket launcher und wieder der rocket launcher oh mein gott das ist ja richtiges das ist ja richtiges Oh, der Skin ist geil. Also auch wenn mir die Spielweise jetzt hier überhaupt nicht gefällt, bitte jetzt nicht disliken, deswegen bin ich auch kein Fan davon. Kann natürlich sein, dass ihr Fans von Rocket Launcher Spielen seid, aber ich finde das nicht besonders toll. Schlimmste sind die Leute, die dann nur den Rocket Launcher benutzen. Landen Rocket Launcher am besten in mehrere Leute reinspringen und sich selbst töten damit. Ich meine, das macht er nicht. Also das muss man ihm schon lassen, das macht er jetzt nicht. Er benutzt den Rocket Launcher wirklich, um andere Leute zu killen. Er ist jetzt nicht der Selbstmörder. Kamikaze. Jetzt macht er... Hat der nur den No-Skin-Tanz? Hat er sich den... Aber der hat er... Die Lackierung hat er? Polos? Wieso macht der nur den scheiß No-Skin-Tanz? Jetzt steht er die ganze Zeit da rum. Und am besten jetzt wieder Rocket Launcher, ha? Ne, er hat noch so bekommen. Okay, das ist gut. Okay. Ja, übrigens, guckt euch das hier mal an, da hinten. Das ist das Riesenskelett von dem Monster, was die ganze Zeit in der Eislandschaft da war. Unten im Berg. Und der Roboter aus der Roboterfabrik hat es halt gestern vernichtet. Ne. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Mega geil. Das sind die Überreste davon. Ich finde es cool. Ist jetzt euer Ernst? Und der Rocket Launcher wieder. Der Rocket Launcher wieder. Ja, Leute. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, dann lasst doch mal bitte... Das ist auch eine coole Szene irgendwie. Lasst doch mal bitte einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Und schaltet es nächstes Mal wieder ein... Ups. Schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt... Fortnite Gameplays. Mit mir der Händler ein. Schaut rein. Bis dann und tschüss.